Das Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung ist eines der größten Archive der Arbeiterbewegung. Es befindet sich in Bonn. Gründung Das Archiv wurde nach mehrjähriger Vorbereitung am 5. Juni 1969 von Willy Brandt eröffnet, dem damaligen SPD-Vorsitzenden. Bei der Eröffnung charakterisierte Willy Brandt das Archiv mit den Worten Dieses Archiv, für dessen Errichtung ich mich als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nachdrücklich eingesetzt habe, versteht sich zunächst als Sammelstelle von Quellenmaterial zur Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung. Es soll darüber hinaus Forschungen anregen und selber betreiben. Seine Bemühungen sind damit Teil der sozialgeschichtlichen Forschung in unserem Lande. Das ADSD hatte bei seiner Gründung einen Aktenbestand von 300 LFDM. Den Kern bildeten die Archivalien des Vorstands der SPD, die damit aus dem Parteiarchiv in ein der Öffentlichkeit zugängliches Archiv überführt wurden. Bestände Der Kreis der Bestände ist seit der Gründung weit über das zahme Gebiet der deutschen Sozialdemokratie hinausgewachsen, die nach wie vor einen Schwerpunkt bildet. Außerdem werden verstärkt Materialien der deutschen und internationalen Gewerkschaften betreut. So unter anderem die des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Internationalen Transportarbeiterföderation, der Deutschen Angestelltengewerkschaft und der Industriegewerkschaft Metall. Zusätzlich sichert das ADSD die Archivalien einer Reihe von linken und sozialistischen Organisationen, zum Beispiel des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, von Verbänden der Arbeiterkulturbewegung, der Friedensbewegung und des Deutschen Rats der Europäischen Bewegung. Hinzu kommen über 1000 Nachlässe und Depositer von Persönlichkeiten der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften, genannt seien hier Paul Levy, Willi Eichler, Carlo Schmidt, Karl Severing, Willy Brandt, Herbert Wehner, Gustav Heinemann und Käthe Strobl sowie Annemarie Renger, Helmut Schmidt und Hans-Jochen Vogel. Darunter befinden sich auch umfangreiche Fotoarchive wie die von Arno Scholz oder Jupp Darchinger. Im Jahr 2006 beherbergte das ADSD über 45 laufende Kilometer-Akten. Die Überlieferung reicht von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, wobei der Schwerpunkt in der Zeit nach 1945 liegt. Ferner bewahrt das ADSD umfangreiche Sammlungen, die zum Teil noch weiter bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, zum Beispiel das Bildarchiv mit über 150.000 erschlossenen Fotos, die Plakat- und Flugblattsammlung mit über 65.000 Plakaten und mehr als 45.000 Flugblättern und Schriften, sowie den Bestand an historischen Fahnen. Zu nennen seien auch die umfangreichen Sammlungen an Film-, Video- und Tonnen-Dokumenten, Ansteckern und weiteren Werbematerialien unterschiedlicher politischer Parteien und gewerkschaftlicher Organisationen. Diese Sammlungen werden nach und nach digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht. Mit seinen reichhaltigen Beständen ist das ADSD zu einer zentralen Forschungsstätte für die Geschichte der Arbeiterbewegung und der deutschen Sozial- und Zeitgeschichte insgesamt geworden. Dank des Einsatzes elektronischer Datenverarbeitungssysteme hat das ADSD einen großen Schritt auf dem Wege zum digitalen Dienstleistungszentrum getan. In unmittelbarer Nachbarschaft zum ADSD befindet sich die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn. Sie umfasst mit 750.000 Bänden eine der größten sozialwissenschaftlichen Bibliotheken in freier Trägerschaft. Siehe auch Internationales Institut für Sozialgeschichte, Karl Marx Haus, Schweizerisches Sozialarchiv, Fußnoten, Archiv der Sozialen Demokratie, Beständeübersicht Bonn 2006.